Hey, hier ist der Timo von fit und gut. Ich mache jetzt mit dir ein Ganzkörpertrainingsprogramm mit dem eigenen Körpergewicht. Das einzige Equipment, was wir benutzen werden, sind ein paar Ringe oder ein Suspension Trainer, also irgendeine Zughilfe. Das könnte für dich auch so sein, wenn du auf dem Sportplatz bist und da ist so ein stabiles Geländer, dass du das als Zughilfe nimmst. Ansonsten brauchst du nur deinen eigenen Körper. Wir machen im Hauptteil die fünf Kernübungen aus dem Bereich Bodyweight Training. Drücken, ziehen, kniedominante Übung, hüftdominante Übung, eine Übung für den Core. Wir werden immer 30 Sekunden in der Übung unter Spannung sein und genauso 30 Sekunden zum Durchatmen nutzen, damit du in der nächsten Übung nach der Pause wieder voll da bist. Zusätzlich werde ich dir im Verlauf der vier Sätze in jedem nächsten Satz eine neue Variante der Übung zeigen. Jetzt kann es sein, du bist in der Übung noch nicht so stark und bleibst über alle vier Sätze bei Übungsvariante 1. Wenn du aber schon stark bist in der Übung und merkst, du kannst am Ende eines jeweiligen Satzes in den letzten Sekunden noch vollpowern und hättest noch ordentlich Reserve nach oben. Dann geh im nächsten Satz meine Progression mit und mach es dir auch schwerer. Ja genau das ist Training. Training ist immer ein überschwelliger Reiz und den im richtigen Moment anpassen. Alright, ich empfehle dir dieses Training zweimal die Woche durchzuziehen. Wie gesagt die Übung immer mal anzupassen und neben dem was wir jetzt machen, im Idealfall noch einmal die Woche ein Grundlagenausdauertraining zu machen und dich einfach so gut es geht und immer zu bewegen. Alright, lass uns loslegen mit deinem Warm-up. Das heißt, wir starten mal aufrecht, nehmen die Handflächen zusammen, mal ein paar liegende Achten, bewegen die Handgelenke ein bisschen durch, drehe die Richtung einmal um, finde dabei deinen Stand, finde deinen Atem, dann schieb mal mit deinen Handflächen die Decke oder den Himmel nach oben weg, streck dich, streck dich, streck dich, halt die Arme über Kopf, zieh das Kinn Richtung Großbein, Schultern tief, Becken leicht aufrichten, Bauch anspannen. Dann löst die Hände, beugt die Knie und lass deinen Oberkörper entspannt in eine Vorbeuge ab, Kopf hängen lassen, Schultern, Nacken, alles locker und roll dich dann eng am Körper bleibend langsam Wirbel für Wirbel auf. Sehr gut. Von hier verlagern wir dein Gewicht auf rechts, zieh den linken Oberschenkel ran. Solltest du mit dem Gleichgewicht Probleme haben, bleib hier einen Moment, balanciere dich. Sollte das easy sein für dich, greif mal die Mitte deines Schienbeins, zieh den Oberschenkel zum Brustkorb ran, roll deine Schulterblätter zurück, halte dich hier einen Moment und entspannen, einmal den linken Fuß ab, wieder Step 1, Knie auf Hüfthöhe, Hände auf Schulterhöhe, Step 2, Mitte Schienbein greifen, Oberschenkel zum Brustkorb ziehen, Moment, halt und entspannen. Dann nimm mal die Hände ans Becken, stell deinen rechten Fuß nach hinten in so eine Ausfallschrittstellung und mach mal mit mir drei, vier Wiederholungen, wo du so weit es geht nach unten gehst, deinen linken Oberschenkel über den großen Fußzehen nach vorne schiebst und dich wieder rausdrückst. Entscheide selbst, wie groß du die Kniebewegung machst, noch einmal und dann lass dein rechtes Knie, dein hinteres Knie einfach am Boden ab und nimm mal deinen rechten Arm über den Kopf und dehne dich so ein bisschen zur Seite auf, zieh deine rechte Körperseite lang, dann bring die rechte Hand zum Stützen zum Boden, mach den linken Arm mal lang und dreh dich nach links auf, blick in die linke Hand rein, bring den linken Unterarm einmal zwischen Hand und Fuß, stell dann die linke Hand außerhalb deines Fußes auf, streck dein rechtes Bein, setz den rechten Fuß ein Stück nach und zieh die Wirbelsäule lang. Stell den rechten Fuß neben den linken, beug die Knie, roll dich langsam auf. Die gleiche Sequenz machen wir einmal auf der anderen Seite und dann solltest du schon ganz gut warm sein. Linker Fuß zurück, drei, vier, Ausfallschritt, Knie beugen. Beim nächsten Mal lande dein linkes Knie am Boden, schieb die Hüfte etwas nach vorne, zieh den linken Arm über den Kopf nach rechts, dehne deine linke Körperseite etwas auf, komm vor die Mitte, platziere die linke Hand etwas außerhalb deiner Schulter, streck den rechten Arm, drehe nach rechts auf, Blick in die rechte Hand hinein, mit der Ausatmung rechten Unterarm zwischen Hand und Fuß, kurz halten, wieder aufdrehen, bring deine rechte Hand außerhalb deines rechten Fußes zum Stützen, streck dein linkes Bein, setz den linken Fuß ein kleines Stück nach vorne nach, mach beide Beine lang, zieh den Rücken lang, atmen, stell links neben rechts, beug die Knie, lass den Kopf hängen, roll dich langsam auf. So, wenn du dich schon gut warm fühlst, gehen wir jetzt in den Hauptteil, ansonsten drück auf Pause und mach noch zwei, drei Übungen für dich, damit du richtig ready bist für ein bisschen Kraft und Power. So, wir starten mit unserer ersten Übung, das ist eine Stützübung, du kommst jetzt mit mir in den Vierfüßler und dann heben wir gleich die Knie ein paar Zentimeter vom Boden ab. Der Timer ist eingestellt, wir gehen jetzt für 30 Sekunden in die Belastung, 30 Sekunden in die Entspannung. Finde einen Vierfüßler, bring die Hände genau unter die Schultern, die Knie und das Becken, stell die Fußzehen auf und heb dann die Knie wenige Zentimeter vom Boden ab, halt dich hier. Schulterlinie über die Fingerspitzen schieben, Rücken ist gerade, Spannung halten, Kinn zieht Richtung Brustbein, hier einrichten. Wenn das sehr leicht für dich machbar ist, heb einen Fuß ein paar wenige Zentimeter an, das heißt du nimmst von vier Punkten einen Rack auf drei Punkte und wechsel dann mal die Seite. Halt die Arme gestreckt, drehe die Ellenbogenbeugen ein, das ist schon unser Pausesignal. Das war unsere Stütz- oder unsere Rumpfkraftübung in dem Fall. Jetzt machen wir eine Kniebeugenübung. In der ersten Runde machen wir die Kniebeugen einfach nur mit dem eigenen Körpergewicht. Vier Zehleinheiten absenken, zwei halten, dynamisch eine wieder hoch. Kommst in den circa schulterbreiten Stand, Füße leicht außen rotiert, ebenso die Oberschenkel. Dann setz dich einatmend in vier Sekunden nach unten. Eins, zwei, drei, vier. Halt dich. Eins, zwei und stehe wieder auf. Vier runter. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, halten. Dynamisch wieder raus. Eins, zwei, drei, vier. Ab. Eins, zwei, halten. Dynamisch raus. Voller Bewegungsumfang. Fersen in den Boden drücken. Brustbein aufrecht. Machen wir noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Halten, halten und entspannen. Sehr gut. Übung drei. Züge. Ich habe ja gesagt, du kannst Turnringe nehmen, du kannst einen Suspension Trainer nehmen, wenn du draußen trainierst, vielleicht eine Stange zum Ziehen hast. irgendwas, was etwa so auf der Höhe ist. Wir nehmen jetzt gerade mal die Ringe. Im ersten Durchgang Ruderzüge läufst du unter deine Zughilfe, setzt das Becken nahe zum Boden, streckst die Hüfte und mit der Hüftstreckung ziehst du dich hoch. Becken tief, Hüfte strecken, Zugang. Mach da eine dynamische Bewegung draus. Nutzt den Hüfteinsatz, um zu ziehen. Daumen, Grundgelenke ganz zum Körper, zu den Rippenbögen ran. Blickrichtung, Aufhängung und entspannen. Das war unsere erste ziehende Übung. Jetzt kommen wir zu den Liegestütz. Wenn du noch keine saubere Liegestütz kannst oder gerade so mit den ersten Wiederholungen kämpfst, ist die exzentrische, die nachgebende Phase sehr spannend für dich. Wir machen jetzt im ersten Durchgang exzentrische oder negative Klimmzüge, Liegestütz. Es geht uns nur um den Weg nach unten. Hände schulterbreit, Körper ist ein Brett. Zehn Sekunden abwärts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt kommt wieder entspannt nach oben. Starte nochmal. Wir wollen noch eine zweite Wiederholung machen. Spannung. Zehn Sekunden ab. Eins, zwei, Körperbrett halten. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Entspannt ab. Wieder hoch. Und locker. Das waren jetzt zwar nur zwei Wiederholungen. Je mehr du das dominierst, dieses Herablassen und Halten, desto stärker wirst du dann auch zeitnah auf dem Weg nach oben. So, jetzt kommen wir zur Hüftdominanten Übung. Und da machen wir, am liebsten trainiert man die Muskelgruppe mit Zusatzgewicht, zum Beispiel mit dem Kreuzheben. Wir sagen aber hier, wir wollen frei trainieren. Also machen wir unser Beckenheben. Rückenlage. Ellenbogen nach unten drücken. Gesäß nach oben schieben. Pobacken zusammenkneifen. Kinn Richtung Brustbein. Volle Spannung ausüben. So viel Spannung reinbringen wie möglich. Kneift die Pobacken zusammen. Schieb die Hüfte hoch. Zieh die Fersen vom Gefühl leicht Richtung Gesäß ran. Und stell dir vor, du schiebst die Schienenbeine von dir weg. Und halt dich hier. Maximale Strecke. Statisch haltende Übung im ersten Satz. Bau nochmal gut Spannung auf. Und entspannen. So, das war unsere erste Runde. Wenn du bei allen Übungen gut mitgehen konntest, dann komm jetzt im zweiten Satz in die etwas schwerere Variante. Ja. Ich zeig dir die erste Übung jetzt mal aus der Seitansicht. Wir waren im Vierfüßler. Haben die Fußzehen aufgestellt und in zehn Sekunden heben wir beide Knie an. Mach dich schon mal bereit. Ellenbogen beugen, nach vorne eindrehen. Arme gestreckt, Bauch fest. Beide Knie anheben. Jetzt heb erst den linken Fuß mit mir an. Stell den linken Fuß wieder ab. Heb den rechten Fuß an. Rechten Fuß wieder ab. Heb die rechte Hand an. Rechte Hand wieder ab. Heb die linke Hand an. Und entspannen. So. Als nächstes Knie beugen. Wie kann ich mir die Kniebeuge schwerer machen? Ich kann sie dynamisch machen. Sprünge ausführen. Das machen wir nachher im letzten Durchgang. Ich kann mir gut ein Zusatzgewicht holen. Ja. Wenn du über ein Zusatzgewicht verfügst, eine Langhantel, eine Kurzhantel oder eine Kettelbell, dann nehmen wir uns das jetzt zur Verfügung. Ja. Ich habe hier eine 16 Kilo Kettelbell, die ich bei geradem Rücken anhebe. Dann gehen wir wieder vier Zähleinheiten nach unten. Eins, zwei, drei, vier, zwei, halten. Und Push raus. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, halten. Push raus. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, halten. Und nochmal Push raus. Möglichst kontrolliert das jeweilige Gewicht wieder ab. Die Übung ist erst vorbei, wenn das Gewicht steht. So. Dann kommen wir zur ziehenden Variante. Eine Nummer schwerer als eben. Nehmen wir jetzt mal den hier. Wäre, wir nehmen den Hüfteinsatz raus. In zehn Sekunden. Das heißt, du gehst in die gleiche Position wie eben, hältst aber das Becken oben. Hältst eine gute Spannung und ziehst dich jetzt wirklich ausschließlich aus den Armen. Kompletter Bewegungsumfang. Entspannend. Wenn du jetzt wie bei mir gemerkt hast, boah, du kannst in den 30 Sekunden easy, 12, 13, 14, 15 oder mehr Wiederholungen machen. Die Übung an sich zu leicht für dich, um wirklich stärker zu werden. Deswegen geh gerne im nächsten Satz eine Stufe weiter mit mir. Alright. Liegestütz. Entweder nochmal zwei Wiederholungen für zehn Sekunden ab oder du machst jetzt mit mir mit. Hältst fünf oben. Zwei, drei, vier, fünf. Hältst fünf in der Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hältst fünf unten. Zwei, drei, vier, fünf. Knie ab. Wieder hochkommen. Noch einmal. Fünf oben halten. Zwei, drei, vier, fünf. Fünf in der Mitte. Ellenbogen eng am Körper, Körperbrett. Vier, fünf, fünf unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Entspannend. Ja, finde die Station, die für dich passt. Wenn du das über ein paar Wochen übst und da stärker wirst, dann gehen die Liegestütze irgendwann sehr, sehr ordentlich weg. Hip Hinges. Wir gehen wieder in die Rückenlage. Ellenbogen nach unten drücken. In fünf Sekunden geht es circa weiter. Hüfte nach oben schieben. Gleiche Spannung wie eben. Und jetzt zieh im Wechsel ein Knie ran. Schieb dich noch ein Stück nach oben. Stell den Fuß wieder ab. Anderes Knie ranziehen. Schub nach oben. Wieder Knie ranziehen. Hüfte weiter nach oben. Wieder abstellen. Und entspannen. Wenn dir das zu leicht ist, zeige ich dir im nächsten Durchgang eine Steigerung. Was du auch immer machen kannst, ist den Fuß höher stellen. Auf eine Block, eine Box oder eine niedrige Bank. Dann hast du auch mehr Load auf dem Bein. So, wir sind schon im dritten Durchgang. Stützübung. Nochmal. Vier Füßler wie eben. Und jetzt wollen wir eine Hand und den gegenüberliegenden Fuß gleichzeitig anheben. Also Fußzehnen aufstellen. Knie hoch. Hebe jetzt deinen linken Fuß und deine rechte Hand an. Du hast nur noch zwei Unterstützungspunkte am Boden. Halt dich hier. Kontrolliert ab. Und einmal wechseln. Linke Hand, rechten Fuß anheben. Halten. Kontrolliert ab. Noch einmal. Und entspannen. Ja, wie du siehst, da bin ich ordentlich am Zittern. Brauchst du eine gute Rumpstabilität. Musst viel Rotation verhindern. Das fordert. Okay, Squats. Du könntest, wie ich es jetzt vormache, natürlich das Gewicht steigern. Wenn du merkst, du kannst in so einem Satz von 30 Sekunden einfach viele Wiederholungen abspulen. Ich zeige dir jetzt mal die Übung mit zwei Kettlebells. Oberkörper aufrecht. Vier Zehleinheiten ab. Zwei halten. Push raus. Eins, zwei, drei, vier. Halten. Push raus. Und wie immer, wenn du mit Gewicht arbeitest, kontrolliert und den sauber abstellen. So. Ziehende Übung. Wir machen das Gleiche wie eben, nur dass wir die Beine jetzt strecken und somit jeglichen Support aus Beinen und Hüften oder fast den kompletten Support rausnehmen. Das heißt, tiefe Position, Beine gestreckt, gestreckten Beine nach unten drücken und dann hier bei langem Hebel rudern. So. So. Wenn du da auch noch im Bereich von mehr als 10 Wiederholungen bist und das mehrere Runden aufrechterhalten kannst, dann könntest du dir entweder die Füße höher stellen oder zum Beispiel die nachlassende Phase und somit jede Wiederholung etwas länger machen. So, jetzt haben wir gezogen. Jetzt gehen wir ins Drücken. Wir machen klassische ehrliche Liegestütze. Vier Zehleinheiten runter, zwei Halsen, eine hoch. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, halten, push raus. Für die Ellenbogen eng am Körper, vier runter, zwei halten, push raus. Eins, zwei, drei, vier, zwei, halten, push raus. Und relax. So, da hast du in so einem ganzen 30 Sekunden Satz, ja von der Zeit her, Raum für vier, fünf Wiederholungen. Das reicht dann auch. Wobei, nächster Durchgang, gehen wir noch eine Stufe hoch. So, was haben wir jetzt? Hip Hinges. Beziehungsweise in dem Fall unser Becken heben, gehst in die Ausgangsposition, ziehst dein linkes Bein ran, streckst dein linkes Bein, gehst mit dem Becken fast zum Boden und schiebst dich komplett nach oben raus. Du ziehst das linke Bein, das gestreckte Bein zu dir ran, klar, aber der Fokus ist rechts, dass du da richtig schön Schub gibst. Nächsten Durchgang kommt dann die andere Seite. Puh, es wird anstrengend. So, Stützübung. Was können wir im letzten Durchgang machen? Wir können mal eine Transition üben. Das bedeutet, wenn die vorherigen Stufen alle gut gehen, dann, ich zeige es dir seitlich, komm in deinen Vierfüßler, stell die Fußzehen an, heb die Knie leicht an, heb jetzt die linke Hand und den rechten Fuß, stell den rechten Fuß unter deiner Hüfte durch und nimm die linke Hand mit dazu. Heb wieder linke Hand, rechten Fuß, zieh das rechte Bein unter deinem Körper zurück in die Ausgangsposition. Nochmal, linke Hand, rechten Fuß anheben, unten drunter durch, linke Hand, rechten Fuß anheben, wieder zurück. Andere Seite, rechte Hand, linker Fuß anheben, Transition, rechte Hand, linker Fuß anheben, Transition zurück. So, erster Übungstyp abgehakt. Jetzt gehen wir in die Squads. Wir führen die dynamisch aus. Wir machen einen kleinen Sprung und legen den Wert jetzt vor allem auf die Landung. Hast noch acht Sekunden, um den Sprung einzuleiten. Becken nach hinten setzen, gebeugte Ellenbogenarme zurückziehen. Dann drückst du dich nach oben raus und nutzt alles, was du zum Federn hast, um das Becken nach hinten zu setzen, die Kraft der Landung zu übernehmen und gleich wieder raus. Und relax. Und relax. Sehr gut. Zieh eine Kette. Wie können wir dir den Ruderzug noch schwerer machen? Die Füße ganz vom Boden wegnehmen. Das bedeutet, du brauchst viel Core, um die Oberschenkel wirklich zu dir ran zu ziehen. Ich mach's mal an den Ringen vor. Mach die ein kleines Stück höher. Ui, ist schon so weit. Du kommst in die untere Position, Arme gestreckt, Schultern tief, ziehst die Oberschenkel zu dir ran. Und dann bist du sozusagen in der Vorstufe zu einem Klimmzug, ziehst die Oberschenkel ran, Bauch fest. Und hast hier, wie gesagt, in der Kette ziehende Übungen vor dem Körper. Eigentlich maximal hohe Belastung. Füße sind komplett in der Luft. Beine können dir nicht mehr helfen. So, Liegestütz. Möglichkeit 1, Füße erhöhen. Möglichkeit 2, an der Stabilität arbeiten. Zum Beispiel den Knie seitlich ran ziehen. Trotzdem langsame Bewegungsausführung. Das machen wir mal. Spider Push-Up. Linkes Knie nach vorne ran ziehen. Brustbein so nah es geht zum Boden. Push wieder raus. Rechtes Knie nach vorne ran ziehen. Push wieder raus. So, was haben wir noch? Hip Hinges, zweite Seite. Das bedeutet, gleiche Variante wie in Runde 3. Ellenbogen nach unten. Schulterblätter, Hinterkopf Richtung Matte. Hüfte schiebt hoch. Zieh deinen rechten Oberschenkel ran. Streck dein rechtes Bein. Einatmen, links beugen. Und ausatmen hoch. Hüfte schiebt hoch. Und entspannen. So, damit ist der Hauptteil geschafft. Wenn du jetzt wirklich mitgemacht hast, brauchst du, wie ich, kurz Zeit zum Durchatmen. Dann machen wir noch einen kleinen Cooldown. Was ich dir an der Stelle schon mal mitgebe. Das waren jetzt ganz viele Übungsvariationen. Es geht im Training nicht darum, jede Übung, egal ob sie wirklich effektiv ist oder einfach nur irgendeine Showübung darstellt, jede Übung zu können und machen zu müssen. Nein. Eigentlich lebt es von der Reduktion. Und ich habe dir jetzt nur wirklich verschiedene Möglichkeiten der Hauptübungstypen gezeigt. Und dann liegt es an dir und deiner Intelligenz und deiner Strategie, die für dich passenden Übungstypen rauszufinden, die dich fordern, die eine Anpassungsreaktion erzwingen, sozusagen, die dich aber nicht überfordern. Wenn du schon im ersten oder zweiten von in dem Fall vier Sätzen zu sehr ans Maximum gehst, zu sehr pumpen musst, dann wird Satz 3 und 4 dir nicht mehr viel bringen, weil du da schon nicht mehr sauber arbeitest. Such die für dich passenden Übungen und dann aber auch raus aus der Komfortzone regelmäßig alle vier, sechs, spätestens acht Wochen das Training entsprechend anpassen. Am besten Buch führen bei den Übungen, gerade wo du wirklich stärker werden willst, damit du merkst, okay, ich habe mal eine Wiederholung mehr geschafft als beim letzten Mal. Genau. Okay, dann komm mit mir in einen kleinen Cooldown. Wir gehen in die kniende Position. Die Fußzehen können etwas näher zusammen sein als die Knie, Knie etwas breiter und dann lauf mal aus den gestreckten Armen soweit es geht nach vorne. Arme in so einem V geöffnet. Bring dein Brustbein, Brustkorb relativ nah zum Boden. Gib einen schönen Schub über die Hände in den Boden und lass den Brustkorb einfach zwischen den aktiv gestreckten Armen abhängen. Tiefe Atmung. Und dann lauf mal so langsam aus den Armen etwas nach links. Halt den Abstand der Hände zueinander gleich. Setz das Becken nach hinten rechts. Die Arme wollen nach oben links. Und dann komm über die Mitte zur anderen Seite. Arme nach oben rechts arbeiten, Becken nach unten links. Hände immer noch circa schulterbreit. So, dann komm, ich zeige es dir auf der Seite, wo nicht mein Mikrofon ist. Komm mit der linken Körperseite zur Matte. Knie 90 Grad angewinkelt. Bring deinen linken Ellenbogen in einen 90 Grad Winkel. Ellenbogen auf Schulterhöhe. Handfläche auf dem Boden. Knie wie gesagt rechts rangezogen. Rechte Hand zum Boden. Und während du die linke Schulterseite nah an der Matte hältst, mach hier so behutsam mit rechts so einen kleinen Push nach oben, als wolltest du die rechte Seite deines Brustkorbs vom Boden lösen. Atmen. Dann geh da mal langsam raus. Und versuch mal, wie es ist, wenn du den linken Arm streckst. Sei hier vorsichtig mit dem ganzen Bereich. Schultergürtel, alles was sich da links abspielt. Und dann wechseln wir einmal. Mal gucken, ob es das Mikrofon mitmacht. Rechter Ellenbogen 90 Grad angewinkelt. Ellenbogen auf Schulterhöhe. Knie links rangezogen. Linke Hand gibt dir so einen leichten Schub. Während deine rechte Schulter Richtung Boden, Richtung Matte will, will die linke abheben. Atmen. Und dann auch hier mal entlasten, den rechten Arm nochmal strecken und behutsam hier wieder in eine schöne Dehnung reingehen. Hierbei kannst du gut für dich selbst mit Winkeln aus der Schulter spielen. Das heißt, beim nächsten Mal könntest du den rechten Arm dann auch mal so legen. Einfach ein bisschen schauen, wo du das Gefühl hast, das tut gut. Und das schafft Freiraum. So, zum Abschluss nochmal in den Vierfüßler. Stell die Fußzehen auf, bring das Steißbein nach hinten oben, heb dein linkes Bein an, Knie beugt, Hüfte öffnet. Und dann leg dieses angewinkelte linke Bein vorne ab. Streck dein rechtes Bein lang aus. Zieh die Wirbelsäule lang. Entweder du bleibst hier für einen Moment oder du wanderst auf die Unterarme oder du streckst deine Arme aktiv nach vorne aus. Bringst den Brustkorb Richtung Matte. Tiefe Atmung. Komm langsam wieder zurückgelaufen. Die Hände stützen wieder. Stell deinen hinteren, deinen rechten Fuß auf. Knie kommt hoch. Linker Fuß neben den rechten. Kurz hier einrichten. Dann machen wir die andere Seite. Dein rechtes Bein hebt, Knie beugt, Hüfte öffnet. Und leg dein rechtes Bein vorne ab. Linkes Bein wird lang. Oberkörper ist aufrecht. Halt dich hier. Oder mach die gleichen Stationen wie auf der anderen Seite. Unterarme beziehungsweise Arme gestreckt. Komm langsam wieder zurück. Und dann wäre jetzt noch Zeit, wenn du selbst noch ein, zwei Bewegungen hast, die sich jetzt anbieten, diese auszuführen. Alternativ, bleib noch einen Moment aufrecht in Stille sitzen. Spür nach. Bereite dich mental schon auf deine Recovery vor. Also was Gutes zu essen ins System. Ausreichend schlafen und so weiter. Und plan dir auch schon deine nächste Trainingseinheiten in ein, zwei, drei Tagen ein. Je nachdem, nach welchem Prinzip du trainierst. Alright, hau rein. Bleib fit und gut. Dein Timo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.